916 Milliarden Steuereinnahmen, aber 25 Milliarden Euro fehlen im Bundeshaushalt 2025. Die Regierung muss sparen, doch auf wessen Kosten? Die Vorschläge sind schockierend und eine Beleidigung für alle Steuerzahler. Statt bei sich selbst oder den Entwicklungshilfen anzufangen, trifft es mal wieder den braven Bürger. Schauen Sie sich das Video an und lassen Sie sich von den skandalösen Enthüllungen sprachlos machen. Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Jutta Martin, ich bin Rentnerin und ich berichte hier über aktuelle Themen zu Steuern und Renten. Lassen Sie gerne ein Abo da. Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte unten in die Kommentare und sichern Sie sich die Gratis-Checkliste speziell für Rentner. Deutschland befindet sich in einer ungelösten Staatskrise. Die Finanzierung des Bundeshaushaltes für das nächste Jahr ist ungeklärt. Steuereinnahmen steigen seit Jahren kontinuierlich dank der hohen Steuerquote in Deutschland. Wo bleibt das große Sparen, wenn jedes Jahr mehr Geld ausgegeben wird? Eine interne Aufstellung aus dem Bundesfinanzministerium listet exakt 21 Vergünstigungen auf, die gekürzt werden könnten. Diese 21 Subventionen in Höhe von 9 Milliarden Euro könnten aufgrund ihrer zweifelhaften Wirkung abgeschafft werden, heißt es. Es geht unter anderem um die Steuerbefreiung von Sonntagszuschlägen, Feiertagszuschlägen und Nachtzuschlägen und dem ermäßigten Steuersatz auf Kulturgüter oder den Freibetrag für Belegschaftsrabatte. Das bedeutet eine Steuererhöhung für zum Beispiel alle, die nachts an den Wochenenden und an Feiertagen arbeiten. Es betrifft Krankenhäuser, Pflegeheime, Hotels, Gastronomie, Busfahrer, Sicherheitspersonal, Polizei und so weiter. Deutschland hat 2022 insgesamt 44 Milliarden Euro Entwicklungshilfe gezahlt für zum Beispiel den zwischenberühmten Radwege in Peru oder die klimaschonenden Kühlschränke in Kolumbien. Eine Aufstellung der Projekte und Länder enthält eine Bundesdrucksache vom 6. Dezember 2023 über 24 Seiten. Es sind alle Länder von A wie Äthiopien bis Z wie Zentralafrikanische Republik aufgeführt. Den Link zu dieser Auflistung finden Sie unter diesem Video. Bei der Entwicklungshilfe geht es, wie gesagt, um 44 Milliarden Euro. Das offizielle Defizit wird auf 25 Milliarden Euro beziffert. Die angesprochene Streichungen der Subventionen würden aber nur 9 Milliarden Euro bringen und allen Betroffenen ein Loch in die Haushaltskasse bescheren. Also mathematisch gesehen ist es eine völlig falsche Herangehensweise aus meiner Sicht. Massive Steuererhöhungen und Kürzungen von Subventionen mussten wir ja schon reichlich hinnehmen. Sie wissen ja, die Erhöhung der CO2-Steuer, die Einführung einer Plastiksteuer, die Erhöhung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie von 7 auf 19 Prozent, der Wegfall der Subventionen bei den Bauern, um nur einige zu nennen. Den Bürgern wird immer mehr in die Brieftasche gegriffen, wodurch sich das Nettoeinkommen weiter verringert. Sollte jetzt nun auch noch die Steuerbefreiung von Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschlägen wegfallen, wird das weitreichende Auswirkungen haben. Die Zuschläge dienen ja als Anreiz für Arbeitnehmer, zu besonders ungünstigen Zeiten, nämlich nachts, sonntags und an Feiertagen zu arbeiten. Derzeit sind die Zuschläge steuerfrei, solange sie ja bestimmte Voraussetzungen erfüllen und innerhalb bestimmter Grenzen bleiben. Nun stellt das Bundesfinanzministerium diese Zuschläge offenbar in Frage. Für die Arbeitnehmer würde das eine höhere Steuerlast bedeuten, aber auch für die Arbeitgeber hätte das Auswirkungen. Ja, weil die einen höheren Bruttolohn anbieten müssten, um die Leute überhaupt für die Schichtarbeit zu begeistern. Höhere Personalkosten führen wiederum zu höheren Preisen für die Verbraucher. Letztendlich betrifft es uns alle. Arbeitet ein Vollbeschäftigter mehr als 40 Stunden in der Woche, muss er auf Überstunden höhere Steuern zahlen. Überstunden sind nämlich reguläres Einkommen. Das ist im Einkommenssteuergesetz so geregelt. Mit steigenden zu versteuernden Einkommen erhöht sich der anzuwendende Steuersatz. Das würde dann auch auf die Zuschläge zutreffen. Wenn der finanzielle Anreiz in Form der Zuschläge jetzt wegfällt, wird das Problem des Arbeitskräftemangels garantiert weiter verschärft. Gerade erst wurde in der Pflege der Mindestlohn erhöht, um das Geld den Pflegern gleich wieder wegzunehmen. Wann hat dieser Wahnsinn mal ein Ende? Es wird wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen, bis ja auch Renten vielleicht noch höher besteuert werden. Schon jetzt spült die Rentenbesteuerung dem Fiskus fast 50 Milliarden Euro in die Kasse. Lindner geht aber noch einen Schritt weiter und will auch die Mehrwertsteuer im Kulturbereich erhöhen. Das bedeutet, dass die Kinokarte zum Beispiel noch teurer wird und vielleicht noch weniger Menschen ins Kino gehen. Christian Lindner und die Ampel wollen das Land noch weiter auspressen, weil sie nicht in der Lage sind, vernünftig zu wirtschaften. Die Kosten für die Energiewende, die Migration, Rüstung und Verteidigung explodieren grenzenlos. Irgendwie scheint alles aus dem Ruder zu laufen, aber der Deutsche lässt sich alles brav gefallen. Nach einer aktuellen Umfrage vom Mai 2024 bekommt die Ampelregierung bei dieser katastrophalen Politik noch 35 Prozent. Die Grünen und die SPD würden aktuell je auf 15 Prozent kommen und die FDP auf 5 Prozent. Ich kann es nicht nachvollziehen. Wie ist Ihre Meinung dazu? Schreibt dies unten in die Kommentare. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Video. Alles Gute. Ihre Jutta Martin